so einen wunderschönen guten tag seitdem gestrigen tag befindet sich selber aus in smite aber hier ist nur ein gameplay weil es neuer gott ist aber im großen ganzen will ich mal ein bisschen über ein thema reden was sich so auf dem herzen haben ist die leute es gibt also so ein paar themen die sind mir unglaublich wichtig und die werde ich euch in diesem video mitteilen und damit das ganze professionell abläuft machen wir jetzt mal ein intro so ich hoffe ich habe hier reingeschnitten wenn ich dann habe ich es nicht gemacht auf jeden fall jetzt reden die erste über meinen youtube channel denn es gibt viele sachen die mir einfach nicht passen und nicht gefallen da könnt ihr nichts für mich schaut sowieso kind schwein aber die die mir schauen ich glaube ich lieb aber momentan gibt es mir Sachen wie ich passen und das ist momentan mein deutsch momentan ist das hier ist kommentan viel minecraft ich weiß und das tut mir in der seele weh aber ich habe da leider ein bisschen viel aufgenommen und die season die will ich auch durchziehen also die season wird nicht beendet nur weil ich keinen bock habe das ist nicht so aber ich möchte gerne mehr vielfalt rein bringen und das ist das was auf meinem channel fehlt früher da hatte ich immer so ein projekt was 30 folgen gegen da musste ich nachkommen was neues das ging jetzt ein bisschen weg denn jetzt habe ich so langzeit projekte heißt projekte die man aufnimmt aber kein richtiges ende haben so wie die season die könnte ich nur endlich lang machen wie ich will und genauso wie smart kann ich nicht lang machen wie ich will um und dann kommt nix was halt gut ist aber ich meine jetzt was abwechslung bringt an sich kommen ab und zu so bullshit spiele und so das gefällt mir auch immer ziemlich gut so zwischendurch mir fehlt wirklich mal so zwischendurch andere spiele zu nehmen also ich will die geile zu meinem channel passen ich werde da mal gucken was wir machen können an wen wem es müssen ist wird doch immer was kommen so wie wir jetzt erstmal zum neuen gott server aus ist cool so meinst du selbst mir dazu er ist cool aber weiß nicht sein mehr late game ja ich weiß es nicht ich hab nichts gekauft ich weiß gar nicht warum man sieht auf jeden fall er macht schaden und der mit jungs loki wie kervor was das sind beck ging das ist aber neu thanks weil loki versuchte zu blocken obwohl ich keine angegriffen hat ich glaube die waren froh dass ich weg bin aber never mind oh oh what's this not today so aber dass die wissen wir konnte ein bisschen verändert wird und mal gucken ich noch zwischen ich machen kann ich bin echt aus suche nach irgendwelchen ideen probiere ich auch mal ganz neue sachen aus aber wirklich erstmal bleibt dass du es wird nicht hört auf heute morgen wird sich das alles hier nicht ändern vielleicht wäre das auch immer gut ein bisschen ist ein hobby und ich möchte gern nur sachen machen die mir selber spaß machen wenn wir kein spaß macht dann sorge ich dafür dass mir spaß macht ja um aktuell ist jetzt so es macht spaß aber ich bin nicht zufrieden muss mit zufriedenheit natürlich auch zusammenhängen und weg wie sage ich habe noch kein alter wird für den ich weiß nicht ob das gut ist was ich baue aber wir spielen in gotten löschen denn das ist ganz cool soll ich war nämlich jetzt ein bisschen smile auf ein paar mehrere folgen mit die die hier das meint schon mal auf menschen auch was zu sehen haben weil ich kann jetzt nicht die ganze zeit mal bringen nämlich blöd ich würde dass mich jetzt zuschauer abfacken 333 damage oh gott wie kervoll und zurück mit ihm regt ja richtig ich habe schon das beste team das cool baum ein bisschen cool dann oder gehen wir uns auf dem menschen bei jem leute was hält ihr davon sagt davon ziemlich viel ich bin tot mein bin ich blöd bau sind gerade gespawnt das war nicht von schlichten eltern dieser schaden ja 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 Oh Ich habe viel zu spät gebildet, ich weiß Ich bin gerade richtig blöd gewesen Ich war, es war zu viel, weil ich konnte mich nicht konzentrieren Das wäre blöd I'm sorry for this That was not That what I want Oh, Himir Ja, was willst du machen? Weiß nicht, aber Folter spüren und die 1 drauf Was soll der Gott sonst machen? Ich weiß es noch nicht so ganz Na egal, ich spiele jetzt aber ein bisschen Bis der Gott genervt wird Jo, Mann Wir haben gleich Wolf Hey, Geil Weg Jetzt Blink Was sind die KD hat ein Loki? 2-0 Hi, Leute Okay, keiner schreibt high zurück Ist gut, was habe ich denn hier für ein Team? Wo ist der mit Sport? So, tryhard Ja, Hammer Willst du es so machen? Ja, Himir Ist die 3, also der Sprung So, wie kann man so ein Sprung Dass ich währenddessen kein Schaden erhalte? Müssen wir mal probieren Ah, ich werde jetzt probieren können mit dem Sprung Aber ich denke schon Aber ich denke schon Aber überleben die Rahme holt Das ist doch schon mal ein Anfang, wa? Nicht durch solche Nablus zu sterben Hast du mich gerade eingeriffen, Loki? Ja Wie ist der Name? Ach, egal Ja, Mann Ja, schön Reckt, Leute Push mir die Minions rein Ja, Hammer Was will ich zu machen? Spür dich das an Salz Tüt, 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 tüt Ich bin nicht zu feige, die zu nutzen. Wir spielen auch gut, Leute. Ja, Leute, buschen wir das Ding rein, so muss das. Guck mal, der Vulkel. Der hat richtig Angst. Oh. Probe der Geister. Ist das eine gute Seite? Mal gucken. Oh, das ist fertig. Ein Feind hat sich geslagt. Ha! 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 Zurich! Oh, stop! Oh, stop! Oh, das ist das. Oh, ja! Oh, ja! Oh, ja! Hallo! Hab hier ein Problem hinter mir, danke. Na, komm, wie eine Rama-Ult? Naja, versucht's nicht. Nachdem er zwei Mal versagt hat. Hallo, Lona ist wirklich ragequittet oder einfach nur weg? Egal. Ist halt so. Können wir nix ändern. Keine Mode. Irgendwie dachte ich, der Yield von den Geistern wäre krasser. Egal, wir lernen den Gott ja noch. Ich bin noch mal so wie eins. Er ist gestern released und jo. Ach so, um auf das Thema den Content zurückzukommen. Ich bin übrigens noch am Arbeiten nebenbei. Also, YouTube ist kein Vollzeitjob für mich. Es ist so ein Bleib-Nobby. Es ist so two men. Oh, das war's. Double kill. Oh, Jesus. An international one is saying. An enemy has been slain. Das geht nicht. Okay, ich wollte es nur versucht haben. Ich bin nie willkommen mit dem Rian. Aber ich will den Assist haben. Ach komm. Ich bin noch ein Bleib-Nobby. Ahu! Das war eine stillige Runde, oder, Leute? Ahu! Oh mein Gott, Strecken, Alter! Ich bin voll erledigt! Obwohl ich einfach nur gespielt hab. Na egal, Leute. Dann kommen wir uns gleich nochmal die Zahlen an und dann... Mal schauen, was alles so sagt. Vom Damage her konnten wir gut mithalten. ... 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